Liebe Studierende, willkommen zur sechsten Videoübung des Semesters zum Thema Sonnenwärmekraftwerk. Ein Sonnenwärmekraftwerk nutzt die eingestrahlte Sonnenenergie, um einen Stromgenerator anzutreiben. Dabei wird die Sonnenstrahlung mittels Spiegel auf einen Absorber gerichtet, wo diese in Wärme umgewandelt wird. Die Abbildung zeigt, wie die Sonnenenergie durch die Parabolspiegel auf die Absorberinnen gerichtet wird. In der Rinne fließt ein Thermoöl, das die Wärme zum Generator leitet. Das Kraftwerk hat eine Ausgangsleistung von 100 Megawatt, wenn die Sonne scheint. Wir nehmen an, dass der Stromgenerator eine ideale Wärmekraftmaschine sei. Wie wir später in der Vorlesung besprechen werden, lässt sich schematisch so eine Maschine wie folgt darstellen. Das warme Reservoir habe eine Temperatur T2, in unserem Fall gleich 327 Grad Celsius. Das kalte Reservoir habe eine Temperatur T1, in unserem Fall von 20 Grad Celsius, d.h. die Umgebungstemperatur. Der Wasserdampf ist das Arbeitsgas der tatsächlichen Wärmekraftmaschine. Nach dem Schema, die Wärmemenge Delta Q2 ist zum Arbeitsgas der Maschine zugeführt, sodass sich ein Teil davon in Arbeit Delta W umwandelt und der Rest, Delta Q1, im kalten Reservoir weiterfließt. Die ideale Wärmekraftmaschine hat denselben Wirkungsgrad wie bei dem Carnot-Prozess. Somit gilt, dass der Wirkungsgrad einer ideale Maschine ist gleich 1 minus T1 über T2. Und in diesem Fall mit der angegebenen Temperatur, das entspricht einem Wirkungsgrad von 51,2%. Übrigens, T1 und T2 sind die Temperaturen in Kelvin der Wärmereservoirs. Dies ist sozusagen als Information zur Aufgabestellung. Bei der Frage A. Die vom Sonnenkollektor aufgenommene Strahlungsleistung der Sonne pro Quadratmeter, d.h. die Intensität der Sonne, schreiben wir I-Sonne, ist eben eine bekannte Größe des Problems, entspricht einem Wert von 1 kW pro Quadratmeter. Gefragt ist, wie groß ist die minimale Fläche, die das Kraftwerk als ideale Wärmekraftmaschine einnimmt. Die notwendige Sonnenleistung muss umso viel größer sein, als die Ausgangsleistung des Kraftwerks, wie beim Generator verloren geht. Wir betrachten die Definition des Wirkungsgrades, wie im Inweis dargestellt ist. Allgemein, die Definition des Wirkungsgrades ist eben gleich dem Verhältnis zwischen wirfvolle, verrichtete mechanische Arbeit und zugeführte Wärmemenge Delta Q. Diese Wärmemenge steht für die zugeführte Wärmemenge in diesem Schema mit Delta Q2 zu identifizieren. Und explizit mit den Angaben der Aufgabe folgt, dass die verrichtete mechanische Arbeit ist dann die Leistung des Kraftwerks mal ein Zeitintervall, Leistung mal Zeit ist eine Energiemenge, geteilt durch die Leistung der Sonne mal dem gleichen Zeitintervall Delta T. Wobei eben P-Sonne die erwartete, nötige Leistung der Sonne ist, um die Ausgangsleistung von 100 Megawatt zu ermöglichen. Die gewonnene Arbeit, wie bereits erklärt, lässt sich dann explizit via der angegebene Leistung der Anlage berechnen. Und mit dem angegebenen idealen Wirkungsgrad folgt die erwartete, nötige Leistung der Sonne. Das heißt, wir können jetzt hier nach P-Sonne lösen und eben die Leistung der Sonne ist dann gleich die Leistung, die bekannte Leistung des Kraftwerks geteilt durch den idealen Wirkungsgrad. Und dies entspricht numerisch einem Wert von 195 Megawatt. Von der Sonne kennen wir die Intensität, sodass diese Intensität ist nicht anders als Leistung der Sonne, die wir bereits berechnet haben, geteilt durch die gesuchte Fläche der Anlage. So, die minimale Fläche kann ganz einfach mit der Intensität und der notwendigen Leistung der Sonne berechnet werden. Und aus dieser Gleichung folgt dann für die gesuchte minimale Fläche einen Wert von 1,95 mal 10 hoch 5 Quadratmeter. Frage B. Diese ist eine einfache Frage. Tatsächlich, die dem Stromgenerator zugeführte Wärme in 7,5 Stunden ist dann selbstverständlich gleich, Delta Q ist dann die Leistung von der Sonne mal diese Zeitintervall von 7,5 Stunden. Und diese Numeris ist gleich dem Wert 1,47 Gigawatt mal Stunde. Jetzt können wir zur Frage C gehen. Die Kraftwerksbetreiber möchten die Anlagen vergrössern und ein Teil der am Tag anfallende Wärme in einem Wärmespeicher speichern. Der Wärmespeicher besteht aus einem Tank, der mit einer Salzschmelze gefüllt ist. Die Maximaltemperatur des Tanks ist 550 Grad Celsius und die Wärmekapazität der Salzschmelze sowie die Dichte sind bekannt. Die Frage ist, wie groß muss der Tank sein, um die Wärmekraftmaschine während der Nacht, während eben 7,5 Stunden, zu betreiben. Wir wissen, dass die Salzschmelze immer mindestens so warm wie das warme Reservoir, das seiste 327 Grad Celsius sein muss. Der nutzbare Temperaturbereich ist somit von 327 Grad Celsius bis 550 Grad Celsius. Für die gespeicherte Wärme, die während 7,5 Stunden vorhanden sein soll, muss somit gelten, dass diese Wärmemenge Delta Q, diese gespeicherte Wärmemenge, ist gleich Wärmekapazität der Salzschmelze mal Stoffmenge, das wäre dann Dichte mal Volumen, mal Delta T als nutzbare Temperaturintervall. Wobei Delta Q, nämlich die Wärmemenge, die vorhanden sein muss, während 7,5 Stunden, haben wir schon in Teilaufgabe B berechnet. Wir lösen jetzt diese Gleichung nach dem gesuchten Volumen V, nämlich, das wäre dann Delta Q geteilt durch Wärmekapazität mal Dichte mal Temperaturintervall, was dann numerisch zu einem Wert von 7,03 mal 10 hoch 3 Kubikmeter. Hier konnten wir uns mit der Definition der Wärme als Übertragungsform der Energie auseinandersetzen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.